Gefährlich! Chance zur Führung! Und Tor! Das könnte noch ganz wichtig sein. Erstmal die Führung, die haben die Oberhand. Kann er was draus machen? Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Noah Joel sah im Rennbarsee. Mit dem Konter sind sie hier erfolgreich. Und wenn Leitner. Keine große Aufregung bei diesem Distanzschuss. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht! Da hat er gar nichts anderes. Jetzt schießt er! Fast, aber auch nur fast geht er rein. Guter Schuss! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018